Gute Nachrichten, Leute! Ich fliege in zwei Wochen nach Barcelona und möchte zur Vorbereitung Spanisch-Unterricht nehmen. Ich habe also nach jemanden gesucht, der mit mir Spanisch spricht, um vor der Reise ein bisschen zu üben. Und, tadaam! Ich habe diese coole App Montli gefunden. Diese App hilft nicht nur beim Spanisch lernen, sondern hat auch einen Chatbot, mit dem du eine reale Konversation führen kannst. Hola! Buenos Dias! Que desea? Heute fühle ich mich extravagant. Me gustaría una botellilla de Champagne. Quiere usted algo de comida? Me gustaría una sopa. Muy bien! Algo más? No gracias. Wow, das sieht man nicht alle Tage und das war nur ein Szenario, das du aus dem anderen zahlreichen Spanisch-Unterricht wählen kannst. Darüber hinaus hat Montli noch 33 andere Sprachen zur Auswahl, falls du zum Beispiel Französisch oder Koreanisch lernen möchtest. Adios! 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 Untertitelung des ZDF, 2020